Hallo und herzlich Willkommen zu Grounded. Ja, ich habe lange überlegt und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass das Spiel so viele verschiedene Facetten hat und man eigentlich so viele Stunden da drin verbringen könnte, haben wir uns dazu entschieden, dass wir dieses in Anführungszeichen Let's Play nicht mit der normalen Art und Weise machen, also dass man aufnimmt und vielleicht mal ein paar Sachen, die zu lange geworden sind, wegschneiden, sondern dass wir nur sozusagen die Highlights, die passiert sind oder die Sachen, die anderen vielleicht helfen könnten oder ähnliches, dass wir die zusammenschneiden, sodass ihr da auf jeden Fall am meisten maximalen Spiele-Spaß mit haben werdet, beziehungsweise Zuschau-Spaß haben werdet. Das heißt, es werden, denke ich mal, einige Fails kommen und hoffentlich auch einige erfolgreiche Situationen. Deswegen wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ach so, eine kleine Anmerkung habe ich allerdings noch, dadurch, dass wir das auf diese Art und Weise machen, habe ich natürlich entsprechend viel Videomaterial, aber auch mehr Zeit, die ich dafür aufwenden muss, um das Ganze zu schneiden und so weiter. Und wir haben natürlich trotzdem nicht mehr Zeit, um das Ganze aufzunehmen. Deswegen werden nicht so regelmäßig neue Folgen rauskommen, also nicht wie von anderen Let's Plays, wie ihr das gewohnt seid, jeden Tag eine oder zweimal die Woche oder sowas. Das kann ich halt nie versprechen. Manchmal wird es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Du kannst nicht weg von mir, du Foulbeest. Du denkst du auch smarten mich? Das ist ein Möchtes Möchtes. Ich glaube nicht, das ist ein Möchtes Gerth. Stay tuned für was passiert, auf Yolk's Gerth. Jetzt ein Wort von unserer Sponsor. Kids, sind Sie bereit für ein neues Wild & Wacky Poncho-Fruit Flavor? Produzieren Apricot. Das ist ein Punch to the Gun. So stop by, fill up und bemerkst du deinen Billy Hogs Hotdog bevor du gehst. Good morning, Brookhollo. Today ist October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week. And the only connection between the teenagers is that they are all students at Brookhollo High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brookhollo has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology, science, you deal with. Touring of their daughters. Oh wow. Is it possible? Let's move on over. Repeat them first. Das war's. Du bist dem Spiel beigetreten! Ja, ich brauche auch gerade mal eben einen Moment, weil ich weiß nicht, was der PC hier macht. Der hat einfach mal im Hintergrund Epic geöffnet. Ja, frag mich nicht, was diese Schrott-Teile hier gerade macht. Moment. Ich kann nicht Pause machen, weil die jetzt labern. Ja, super. Okay, den Kram hatte ich jetzt natürlich nicht, als ich das mal getestet hatte. Kleinen Moment mal eben. Spielkamera umschalten. Genau, das war's. Haha! Haha! Du musst auf Spielkamera umschalten, das oberste gehen. Nee, das ist doch dunkel nicht, gar nicht. So, jetzt haben wir so lange gewartet, dass es jetzt dunkel ist. Findet die Quelle des Signals. Wir folgen dem Ausrufezeichen. Nein. Man sollte eigentlich meinen, dass A dann auch benutzen ist. Aber nein, ich muss jetzt X dafür drücken. Äh, ach so, Rohstoffsuche hat keine Energie. Seht ich ihn auf weiteren wissenschaftlichen Geräten um? Hä? Ich dachte, ich sollte was nehmen. Einscannen. Kann ich dir erklären, ja? Nur da der keine Energie hat. Die zwar analysiere... Nee, warte mal. Wieso komme ich hier mal auf Ressort? Nee. Jetzt. Echt jetzt? Wir analysieren die Struktur eines Steinchens. Ach, du hast mir jetzt meine ganzen Ladungen hier verballert, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, jetzt gibt's keine Ladungen mehr. Jetzt muss ich warten, bis der wieder aufgeladen ist. Nee, du kannst eh nichts machen, weil wir keine Energie haben. Ich warte jetzt hier acht Minuten lang, bis die Energie wieder aufgeladen ist. Oder heißt das acht Uhr 21? Ach, ich dachte immer, das heißt acht Minuten, aber das heißt acht Uhr 21, ne? Das ist wirklich nicht normal. Das ist wirklich nicht normal, so wie du hier mit mir redest. Okay, es ist die Uhrzeit. Wir analysieren dieses Blatt, oder was das war, und können jetzt Verbände machen und grobe Seile. Das ist schön. Okay. 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 Darf ich hier auch nochmal raus aus dem Gerät? Dankeschön. Sprösslinge, die der Epi mir wahrscheinlich jetzt alle hier weggenommen hat. So. Der redet schon gar nicht mehr mit mir. Der ist beschämt, weil der mal alles geklaut hat. Und jetzt kann ich mir was herstellen zur Verteidigung. Da ich das aber nicht hinkriege, ich weiß nicht warum, mir das... Ich komme noch nicht mal ins Inventar rein, glaube ich, von hier aus, oder? Weg, Rucksack? Inventar, doch, ich komme hier rein. Ah, doch, das ging mit A. Ah, okay. So. Nur auswählen kann ich das so nicht, ne? Doch, Kleblätter musst du auch erlernen. Klauen uns jetzt einfach von Epi so ein Ding. Und schieben den hier weg, damit wir hier rein... Und er hat schon wieder die Energie hier geklaut. Ich weiß auch nicht, warum das so bescheuert gemacht ist. Jetzt stell dir mal vor, du spielst das mit vier Leuten. Du kommst ja nie dazu, irgendwas zu analysieren. Gerade am Anfang. Du musst ja dann immer hier 20 Minuten oder 30 Minuten im Spiel warten, bis man analysieren kann. Das ist total bescheuert gemacht. Also, dadurch, dass ich das analysiert habe, wo du gesagt hast, dass ich das nicht analysieren muss, habe ich jetzt so 15 verschiedene Sachen oder sowas bekommen. Alles, um uns ein Haus zu bauen und eine Werkbank und einen Tisch und eine Graswand mit Fenster und, 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 und. So, weil ich dir nur gesagt habe. Wie war das mit werfen? Achso. So. Ähm. Finde etwas Essbares und iss etwas und finde Wasser. Da müssen wir erst mal nachgucken. Genau, das kann ich mal zeigen. Das ist echt eklig. Da sieht man ja nichts mehr. Das haben die auch gemacht. Also, ich geht... Hallo. Hallo, rote Arbeiterameise. Du bist so komisch am Leuchten. Wieso reden wir eigentlich die ganze Zeit miteinander, wenn wir noch nicht mal in der Nähe sind? Oh, ich bin wirklich vergiftet jetzt. Äh, was Essbares finde ich aber gerade auch nicht. Wo sind denn hier Pilze? Mysteriöse Maschine. Was ist mit dir und mysteriöse Maschine? Was hast du mit der mysteriösen Maschine gemacht? Was ist das denn hier? Was war das denn? Ach, das war ein Kieselchen. Ich dachte, das wäre ein Blütenblatt oder so. Hm. Ich brauche was zu trinken und ich brauche was zu essen. Ah ja, gut, zu trinken. Aber was zu essen wollen wir auf jeden Fall. Da, da, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Bitte lasst das Riesenviech jetzt nicht hier rumlaufen, was mich beim Testen kaputt gemacht hat. So. So. Momentar öffnen. Zack. Zack. Das Problem ist... Oh. Warum habe ich das geworfen? Ich wollte eigentlich das hin und her bewegen, aber sie will irgendwie nicht essen. Ich weiß auch nicht. Ähm. Das muss ich sagen, weiß ich nicht, wie man das mit dem Controller macht. Deswegen das Essen fallen lassen schließen, Platz zu weisen. Hm. Machen wir es einfach so. Ich drücke mal auf die 8. Und dann... Ess ich was? Zack. Also ganz ohne Tastatur scheint es nicht zu gehen. Ich weiß auch nicht. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. So. Ha. Ich habe eine Milbe getötet. Ich bin die Göttin des Schlamms. Ha, ha. Da, 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 da. Ich glaube, das war... War das nicht was zu trinken? Hallo. Ich mag dich, liebe Ameise. Nein? Hat er mir auch noch nicht gesagt, dass ich das machen soll? Wolltest du mit mir reden, liebe Ameise? Hallöchen. Komischerweise sind die jetzt lieb zu mir. Die eine hat mich angegriffen beim Testen. Warum, weiß ich nicht. Hallo, Ameise. Ich komme mal mit dir. Wir gehen dir einen Epi suchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Karte überhaupt anschalten kann hier. Ach, Moment. Da hinten bist du. Wieso baust du da so weit weg vom Lager das Ding? Ja, hier diese Stationen doch. Die können wir ja nicht verschieben. Ich habe keine Angst. Ich bin ganz lieb. Nicht abhauen. Ach, das ist Klee. Ach, das ist gar kein Sprössling. Wo sind denn hier Sprösslinge? Ich brauche Sprösslinge. Hier auch noch. Ach, du bist mich hier die ganze Zeit so komisch am Anmachen. Und hier ist was ganz Tolles. Eine mysteriöse Maschine. Untersuche die mysteriöse Maschine. Zack. Ah, das war gar nicht hier unten. Das war oben, oder? Das ist eins der wenigen Sachen, die ich gemacht habe. Juhu! Wir machen Disco! Oh, jetzt dachte ich, gerade da oben hängt eine Spinne. Hilfe! Ja, ich wollte ja gerade eine Kieselachst herstellen. So. Kieselchen brauche ich noch. Kieselchen. Hallo, meine Kleinen! Aber die sind so schnell weg, diese grünen Viecher, ne? Ich brauche Kieselchen. Hallo, Kieselchen. Wo seid ihr? So, jetzt kann ich hoffentlich was herstellen. Moment. Ähm. Das ist die Axt. Ja. Und die muss ich, mach ich. Was ist das denn? Oh. Das müssen wir auch noch analysieren. So. Ich habe gerade zwei geholt, ja? Ich kann mir einen ganz tollen stylischen Milbenhut erstellen. Das haben hoffentlich jetzt alle mitbekommen, dass das ironisch gemeint war mit dem Stylisch. Finde sauberes Wasser. Kann ich das wirklich nur morgens machen? Das muss doch irgendwie tagsüber... Du Arsch! Klaut mir jemand den ganzen Tropfen, weiß ich. Ich bin hier so kurz vorm Verrecken. Der würde niemals sein letztes Wasser mit Bitter. Ich schalte noch zwei hier. Endes Marienkäfer. Hallo, Marienkäfer. Hallo, du sollst auf zwei umschalten. Wieso habe ich 30% pure Wissenschaft bekommen, dadurch, dass ich hier Sachen abholze? Was ist denn das für eine Logik? Ich habe neue Ideen für eine Trinkflasche bekommen. Was heißt denn das, dass ich die jetzt herstellen kann? Weil ich mir hier ein bisschen was machen wollte, hinstellen wollte. Ah, ich drücke hier mal das Falsche, Mann. Äh, herstellen. Nein! Du Ameisenumbringer! Hä, wieso kann ich hier nicht? Weil das im anderen ist. Na gut, ich brauche drei... Ich brauche noch einmal Saft. Ja, super. Ja, aber da muss ich so weit laufen und ich finde die meistens nicht. Könnt ihr mir sagen, wo ich hier Saft finde? Lieben. Das ist gelogen, da hängt nichts dran. Wie soll ich ein E auf der Tastatur... äh, auf dem, äh, Dings drücken? Da hinten, warte mal, da hinten ist sowas im Leuchten. Ah, ne, das waren die Pilze. Okay. Scheiße, ich kann dir die Sachen gar nicht klauen. Ich kann dir die Sachen gar nicht klauen. Ich bin immer noch vergiftet. Ja, ich brauche dringend erstmal so einen Tropfen. So einen, wie heißt das? So einen Saft. Nein, nicht Wasser. So einen Saft brauche ich. Solange ich keine Gegner finde. Was für ein Braten? Ach, da ist was. Es gibt keine Braten. Wir sind hier mitten im Garten. Achso, ne, die Platten muss ich ja noch nehmen. Aha. Ja, wie gesagt, einen habe ich gefunden. So, jetzt aber. Bleibt doch mal stehen. Ähm, ähm, zack. So, die stellen wir so hier. Wie konnte man das nochmal drehen? Achso. Nein. Oh. Zack. Pfff. Ey, warum kann man nicht einfach mit A alles machen? Das ist doch bescheuert. Äh, so. Zack. Dann benutzen. Da konntest du aber, glaube ich, nichts anderes machen, ne? Oder wie war das? Äh, dann müssen wir auf jeden... Achso, die Trinkflasche. Was brauche ich? Äh, da brauche ich Madenhaut für. Wo soll ich die denn herkriegen? Maden... Ja, Madenhaut sind aber auch diese, diese Rosanen oder was das war mit gemeint, ne? Jetzt finde ich nur die Base nicht mehr, würde mal... Achso, hier. So. Dann. Hm, hm, hm. Herstellung. Zack. Das machen wir mal hier. Nicht ganz so da rein. Wenn die blöde Kuh einfach mal stehen bleiben würde, wäre es natürlich einfacher. So. Hä? Wieso kann ich jetzt nicht bauen? Ja, aber er zeigt mir an, dass das okay ist, wo ich das hingestellt... Ah, hier kann ich's bauen. So einen halben Zentimeter daneben. Toll. Okay. Wie spät haben wir denn? Ich kann's gar nicht sehen. Ich hab gar keine Uhr hier drin. Ja, keine Ahnung. Wenn es Abend ist, kann... Achso, hier ist eine Uhr drin. 18 Uhr. Ich glaube, ab 18 Uhr kann... Jetzt hab ich das so lange extra hier gewartet, dass ich analysieren kann. Jetzt ist immer noch nichts aufgeladen. Oh, das ist doch nicht wahr. Wieso kann ich das nicht analysieren? Ich hab's doch noch gar nicht analysiert. Hä? Hä? Wieso steht hier Rüssel, Käfer, Rüssel analysiert, obwohl ich den gar nicht analysiert hab? Ja, aber das geht ja offenbar nicht für uns alle. Ja, aber wieso hab ich eben dann das gleiche analysiert wie du? Verstehe ich nicht. Ja, das gleiche, was du gesagt hattest. Setze deinen Ries... Achso, oh, den hab ich ja noch gar nicht gesetzt. Oh, oh, oh. Oh, stimmt. Äh. Äh. Achso, der wird aber gesetzt, indem ich einmal schlafe, oder? Weil so kann ich den nicht setzen. Ach, doch. Jetzt hab ich ihn gesetzt. Sollen wir schlafen gehen? Es ist jetzt gleich 7 Uhr. Kinder in meinem Alter müssen dann ins Bett. Ja, du wolltest ja nicht bei mir bauen. Laus in Bewegung. Aber wo? Ah, Moment. Ich hab da was gesehen, oder? Oh, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Ja, das darf man dem Baby nicht sagen. Ja, ja, ja. Juhu. Ich glaub, ich hab ihn. Nix. Boah, ey. Oh, ach, das ist ein Sternchen. La, la, la. Hat ich das jetzt... Och, hat sie nicht genommen. Ist die doof? Wieso? Ihhh. Bist du ekelhaft? Nein. Och, diese blöde Kuh. Ich glaub, ich mach das wirklich bald mit Tastatur. Dann hab ich null Plan, was ich alles drücken muss. Aber dann läuft die wenigstens nicht von selber immer wieder geradeaus. Du weißt ja hier mit dem Controller. Der rennt immer geradeaus, wenn er nicht soll. Nein, warte mal, hast du mir zwei rübergeworfen? Weil ich hatte mal nicht null eben. Kann sein, dass ich die jetzt gegessen hab. Er stelle ein Stück Rüstung. Ja, ich esse nur, was ich selbst gegrillt hab. Nein, wenn der mich zurücksch... Wir sollen ja Rüstung machen. Nee. Ich hab die Rüstung nur mit den normalen Pflanzendingern gemacht. Hallo, die geben 5% mehr Rüstung. Nein, nicht diese... Ich hab mit den Ameisen Freundschaft geschlossen. Die darfst du nicht töten. Darfst du nicht... Ich muss alle meine Ameisen... Die Ameisen, lauft weg, der böse Epi will euch alle töten. Lauft alle weg, meine Freunde. Wieso steht hier hinten ein Gameplayer? Achso, das ist mein Respawnpunkt, oder? Ich wollte gerade sagen, habe ich mich jetzt geklont? Wieso komme ich da nicht ran? Hallo. Flupp. Das sind immer nur die Steine. Nein, ich will die nicht umbringen. Ich will das ganze Spiel ohne meine Lieblinge die Ameisen umzubringen machen. Nein, das musst du mir versprechen. Wir töten keine Ameisen. Dann töte der Epi die alle hinter meinem Rücken. Oh, die sind so schnell, die scheiß Viecher. Was ist das denn? Was ist das denn? Kot von Läusen, oder was? Hier, da. Guck mal. Was ist das denn? Ihhh. Oh. Ich will nicht mal mit dem Epi spielen. Das ist eklig. Achso, genau. Ich war noch am überlegen, was ich... Er stelle ein Stück einer Rüstung, soll ich erstmal machen. Moment. Wie war das jetzt? Ich muss hier rein. Ich mache eine Augenklappe. Die ist richtig cool. Ich brauche Kleeblätter und grobes Seil. Eins, zwei, drei. Und ich brauche noch vier Kleeblätter. Die habe ich doch irgendwo hier. Das sind noch die Kleeblätter hier, oder? Die muss ich doch jetzt wieder... So. Mieses Kleeblatt. Ich habe dich gleich, du. Du wirst mich nie wieder angreifen. So. So. Äh. Zack. Wieso darf ich das nicht herstellen? Hat sie das jetzt gerade hergestellt? Nö. Hallo. Du sollst es herstellen. Achso, ich muss das an der Werkbank herstellen. Willst du mich veräppeln? Ich dachte, ich muss die Werkbank nur dahin stellen und dann kann ich die Sachen herstellen. Ähm. Ähm. Eine Gasmaske kann ich ja auch herstellen. Ja, die brauche ich nachts. Und abends. Das hat der Epi jetzt nicht verstanden. Das war eine private Sache. So. Mache den... Finde heraus, was einen der Laser schwächt und mache... Achso, ich muss das Ding ja noch anziehen, ne? Warte mal. Ähm. Momentan öffnen. Ausrüsten. Ha! Ich bin jetzt auf alles eingestellt. Ich bin jetzt Mrs. Obercool und keiner kriegt mich tot. Und überhaupt. Bevor wir uns jetzt allerdings um den Laser kümmern, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.